BAFA zählt zu den international führenden Konzernen der pharmazeutischen Heimtierbedarfsartikelbranche. Das Unternehmen wurde 1943 von Herrn Bernhard A. in den Niederlanden gegründet. Die Firma BAFA ist seitdem in Familienbesitz und wird inzwischen bereits in der dritten Generation geführt. Heute nimmt BAFA eine starke Wettbewerbsposition im europäischen und im globalen Markt ein. BAFA-Produkte werden in 86 Ländern weltweit verkauft. Der Vertrieb erfolgt über Vertragshändler oder über eigene Niederlassungen in Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Polen, Tschechien, Ungarn, Italien, Norwegen, China und Australien. Das Kerngeschäft von BAFA sind pharmazeutische Produkte, Artikel zur Ungezieferbekämpfung und Vitaminpräparate. BAFA forscht, entwickelt und produziert seine Produkte überwiegend selber. Darauf aufbauend wurde die BAFA Produktpalette nach und nach erweitert, sodass diese inzwischen über 800 verschiedene Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen beinhaltet, wie Arzneimittel oder Pflegeprodukte bis hin zur Super-Premium-Nahrung für Kleinsäuger, die exklusiv im Zufachhandel angeboten werden. BAFA – For a better pet world 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 BAFA – For a better pet world